Gary Ridgway sitzt seit 2003 wegen 49-fachen Mordes in der Justizvollzugsanstalt des Staates Washington in Walla Walla. Der heute 70-Jährige hasst Frauen. Seinen berüchtigten Namen trägt der Serienmörder, weil er die meisten Leichen im Green River nahe Seattle in King County, Washington, USA abgelegt hat. Fangen wir von vorne an. Gary Leon Ridgway ist ein US-amerikanischer Serienmörder aus Seattle, 1949 geboren. Er wurde im Jahr 2003 wegen 48 gestandener Morde an Frauen zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Jahre 2011 gestand er einen 49. Mord. Er wurde unter dem Namen Green River Killer bekannt, da er seine ersten Opfer vornehmlich im oder in der Nähe des Green River deponierte. Seine Verhaftung war eine der umfangreichsten und langwierigsten Ermittlungen in der Geschichte der USA. Ridgway wurde als zweiter von drei Söhnen in Salt Lake City geboren. Zu seiner dominanten Mutter fühlte er sich von früh an hingezogen, weniger zu seinem Vater, einem Busfahrer. Die Eltern stritten bisweilen gewalttätig. Andererseits wusch die Mutter dem volksamen Sohn die Genitalien, wenn er bis ins frühe Teenageralter das Bett genässt hatte. Ereignisse wie diese erregten Ridgway und stießen ihn gleichermaßen ab. Seine Mutter soll sich in der Öffentlichkeit frei und ungeniert gezeigt haben. Bei Bustouren durch den Strip, ein Prostituiertenviertel, soll der religiös-konservativ geprägte Vater gegenüber dem Sohn seine Abneigung gegen den ihn ungebenden Abschaum geäußert haben. Gleichwohl verkehrte dieser mit Prostituierten. Mit elf Jahren lebte Ridgway in SeaTac, einem Außenbezirk von Seattle im Bundesstaat Washington nahe dem Flughafen. Einer Gegend, in die es viele zog, weil die Immobilienpreise niedrig waren und unterbezahlte Arbeitsstellen zur Verfügung standen. Spielbanken, billige Motels und Bordelle, Anziehungspunkte für Prostituierte, Drogenhändler, Kleinkriminelle und Ausreißer prägten das Bild des Stadtviertels. Mit 16 Jahren machte Ridgway erste Gewalterfahrungen. Er stach einem Sechsjährigen mit einem Messer nieder und lief anschließend lachend davon. Die Tat blieb ungeahndet. Ansonsten galt er als durchschnittlicher Teenager mit unterdurchschnittlichen Schulleistungen. Talent hatte er im American Football und war sozial unter Gleichaltrigen gut eingebunden. Er galt als freundlich und wenig eloquent. Gerne veranstaltete er im lokalen Jugendclub Partys und näherte sich Mädchen an. Als junger Mann arbeitete er in einer Lastwagenfabrik und warnte sich dem Militärdienst bei der US-Navy zu. Ein Jahr später, im Jahr 1970, heiratete er. Das Ehepaar zog nach San Diego, wo Ridgway stationiert war. Seine Frau blieb längere Zeit allein, wenn Ridgway mit der Navy im Südpazifik weilte. Beide gingen Affären ein, wobei Ridgway die seiner Frau nicht duldete. Die Ehe zerbrach. 1973 heiratete Ridgway erneut. Seine zweite Ehefrau gab später zu Protokoll. Ridgway habe sie als Sexobjekt und Haushälterin betrachtet. Sex ist auch häufig in hohem Gras des nahegelegenen Green River ausgeübt worden. Die Geburt eines Sohnes im Jahre 1975 ließ Ridgway sich einem religiös geprägten Lebensabschnitt zuwenden. Er las die Bibel und wandte sich den Baptisten, später der Pfingstbewegung, zu. Gleichzeitig gab er seinen Gewaltfantasien nach. Unvermittelt wirkte er seine Frau bis zur Bewusstlosigkeit und integrierte die Praxis in Sexspiele. 1981 wurde die Ehe geschieden. Nun lebte er seine sexuellen Bedürfnisse hemmungslos aus. Später sollte er den Behörden sagen, wenn ich meine zweite Frau umgebracht hätte, hätte ich niemals je eine weitere Frau getötet. Die Morde Mehr als ein Jahr nach seiner Scheidung begann Ridgway, eine der größten Mordserien in der Geschichte der USA. Dazu fuhr er mit seinem Wagen durch die Straßenstriche rund um Seattle, blut Prostituierte und Ausreißerinnen in seinem Pickup ein, um mit ihnen entweder zu sich nach Hause oder zu Lieblingsplätzen im Wald rund um den Green River zu fahren, an denen er Geschlechtsverkehr mit ihnen hatte. Anschließend ermordete er sie nach dem häufig gleichen Muster. Von hinten legte er ihnen überraschend den Arm um den Hals und wirkte sie zu Tode. Danach verging er sich an der Leiche. Diverse Taten verübte er in seinem Schlafzimmer und verwischte die Spuren schnell. Die Leichen brachte er in die Wälder rund um den Green River oder andere abgelegenen Plätze. Nachts kehrte er häufig zurück, um erneut Geschlechtsverkehr mit den toten Frauen auszuüben oder ihre Körper zu verstümmeln. Schmuck, den er den Frauen abgenommen hatte, legte er dann bisweilen an seinem Arbeitsplatz aus, wobei es ihn reizte, wenn Kolleginnen diesen an sich nahmen und ihn trugen. Er soll zum Verkauf auch Garagenflohmärkte veranstaltet haben. Ridgways Wesen soll auf die Frauen unbedarft geradezu harmlos gewirkt haben, weshalb sie grundsätzlich Vertrauen zu ihm hatten. Selbiges verstärkte sich insofern, als er zu seinem Sohn eine intensive Beziehung aufbaute und in jedes zweite Wochenende zu sich nahm oder bei den nächtlichen Fahrten mit den Frauen mitnahm. Die Spielsachen im Haus wirkten auf die weiblichen Gäste einladend und beruhigend. Ridgway bevorzugte keinen besonderen Frauentyp. Erheblich war nur, dass er sie als Abfall betrachten konnte. Das jüngste Opfer war zwölf, das älteste 38 Jahre alt, darunter schwarze, weiße, jegliche Haarfarbe, Lateinamerikanerinnen, dicke, dünne, große und kleine, ohne besondere Präferenz. Ridgway gab an, so viele Frauen ermordet zu haben, dass er sich unmöglich an alle hätte erinnern können. Die höchsten Schätzungen belaufen sich auf über 71 vermudete Opfer und 49 bestätigte Leichen. Die Leichenfunde Am 15. Juli 1982 fanden Kinder die Leiche der 16-jährigen Ausreißerin Wendy Lee Coffield im Green River treibend. Sie war erwürgt worden. Die Polizei nahm an, dass es sich hierbei um ein Opfer häuslicher Gewalt handelte. Vom 12. bis zum 15. August wurden vier weitere Frauenleichen im oder in der Nähe des Green River gefunden. Nun kam der Polizei der Verdacht, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hätten. Die Untersuchungen leitete Dave Richard vom King County Sheriff's Office. Ridgway war als Kunde des Straßenstrichs dort bereits bekannt, da er von einer Undercover-Beamtin des Freiertums überführt worden war. Anhand seiner Kreditkartenabrechnung konnte sie in Erfahrung bringen, dass er einen enormen Benzinverbrauch hatte. Während dieser Jahre soll Ridgway öfter seinen Pick-up gewechselt haben, um nicht aufzufallen. Nachdem am 30. April 1983 die 18-jährige Prostituierte Mary Malva verschwunden war, identifizierte deren Freund den Pick-up Ridgways als denjenigen, in den sie auf dem Pacific South Highway zuletzt eingestiegen war. Ridgway bestritt, mit ihr Kontakt gehabt zu haben, registrierte jedoch im Zusammenhang mit den Leichenfunden erstmals den Arm der Justiz. Am 20. November 1983 gab die Polizei bekannt, dass elf Frauen, die man im South King County tot aufgefunden habe, von denselben Mann ermordet worden seien. Am 16. Januar 1984 berief das King County Sheriff's Office die größte Task Force seit dem Fall Ted Bundy ins Leben.